Oh! Plötzlich neue Mission. Oh, das ist aber leihwand, das ist aber leihwand. Ich werde aber trotzdem jetzt die Mission, die was ich jetzt gerade begonnen habe, auch weiter fortführen. Finde ich auch interessant. Ah, mit Mist, die kann man dann wieder weitermachen, oder was? Panem? Wie das? Ja, da haben wir schon gestartet gehabt. Ja, fix, 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 fix. Die will ich jetzt aber auch weitermachen. Bin gespannt, ob ich jetzt die Schrotflinte mal kurz ausnutzen darf, oder? Jep, jep, und wie ich sie jetzt ausnutzen darf. Oh, yes, baby. Sorry, dass ich die drauf habe. Oh, ist okay. Oh, das ist ja noch einer. Wenn du da bist, ist dein Schädel klar weg, oder? Das leihwende ist mit der Schrotflinte. Du hast acht Schuss. Das ist verurrt, das ist verurrt. Ich bin halt aber nur noch nicht vom Sturmgewehr so überzeugt. Bin ich irgendwie noch nicht so ganz. Okay, da brauchen wir wieder einen Zugang. Okay, da brauchen wir jetzt auch wieder einen Zugang, oder was? Mach dir den Scheiß direkt da auf und weg damit. Interessant ist, dass ich da nur die Stärke von 3 brauche. Okay, interessant. Sagt mir... Bein hat gesagt jetzt trotzdem halt nix. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Kick Della! Kick Della! Oh Mann! Ich dachte schon, es kommt keiner. Barna, bist du das? Lebst du noch? Später. Ich erklär alles, wenn die Scavs erledigt sind. Verstanden. Wo bist du? Geh in die Haupthalle des Museums. Kann der Havre nur wo heben? Dann helfe ich dir weiter. Wie kann der Hauberer das da überleben? Ich frage mich nur für einen Freund, gell? Ich frage mich nur, wie der das überleben kann. Oh, der Schafschütze! Kann scheißen gehen, der Schafschütze. Er kann bei mir scheißen gehen. Ja, Moin, gleich! Ich bin ja hergeschossen. Aua, wie! Aua, wie! Warte, da wäre auch noch irgendein Hauberer. Irgendwie Salve ist eh nicht so schlecht. Aber ich bin ja trotzdem irgendwie nicht zu der größte Fan davon. So, weg mit dem ganzen Bumsch da, das gibt es ja nicht. Aua! Also, ich muss schon sagen, also. Wenn Sie da mal so Schierst, dann mal erfahren oder sonst. Geht's schnell, meier. Der geht schon sehr schnell, meier. Waffenglitch. Dann muss ich jetzt aber ganz schnell rein. Waffenglitch. Das geht sich nicht aus. Was für ein Waffenglitch. Ich kann trotzdem nicht mehr schießen. Ist der Teppot, oder was? Kommst du jetzt aus, Alter? Na, wo ist jetzt? Ah! Ich kann noch manchmal nicht schießen. Da gib mir noch ein bisschen Zeit, Burli. Ich muss doch nachladen. Alter. Nachladen dauert aber schon sehr lang. Mit der Waffe, Alter. Ist der Teppot. Das ist dann schon ein bisschen eine zache Partie. Aber dafür schussmäßig, Alter. Bam 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 bam, Alter. Und der eine oder andere ist erledigt. Und der ist es dann schon leihrend. Was ist denn so mit dem Bomben? Wie hat das dann auch geblieben? Und der Teppot, oder was? Ja, lieber wieder mit meiner Maschinenpistole. Mit meiner allseits geliebten Maschinenpistole. Tschüss, Papa. Ja, zeig dich mal, Digi. Oh, Alter. Gott sei Dank durchschlagen. Gott sei Dank. So. Irgendwo unten muss auch noch einer sein. Gott, ich geh kurz Hallo sagen. Ich geh noch ganz kurz Hallo sagen. Oh, fette Gehörner. Servus, Burli. Ja, aber sowas von. Geh mal aggressiv. Aha. Ah, interessant. Geh, okay, so Headbutt. Bam, Alter. Ich hab zu dir was gesagt. Bist du Heppot, oder was? Gerade bei wem da muss man aufpassen. Gerade bei wem da muss man aufpassen. Dann verliert man schnell Zehnt. Hahaha. Dann verliert man relativ schnell die Zehnt. Hahaha. Muss man echt ein bisschen aufpassen. Gefährlicher Hase. Gefährlicher Hase. Ich glaube, ich werde aber die Waffe wieder wechseln. Aber wir schauen für die jeweilige Missionen. Lass es jetzt mal. Lass es jetzt mal. Perfekt. Geh die Haupthalle. Gibi, kommt nicht rein. Hinten ist eine Treppe. Die musst du hoch. Ich bin oben. Sei vorsichtig. In der Nähe ist ein Elitesoldat, Rebakov. Lass dich nicht überraschen. Lass dich nicht überraschen. Lass dich nicht überraschen. Die Musik sagt eh schon alles. Und vielleicht habe ich wenigstens wirklich immer einen seit langem würdigen Gegner. Das wärs. Das würde ich jedenfalls einmal feiern. Wenn ich jetzt wirklich sage. Ja, das passt. Leinwand super. Ich hab jetzt wirklich mal so langem wieder einen stärkeren Gegner. Auf das würde ich mich definitiv freuen. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Da ist er. Wo rennst du? Der ist lustig, Alter. Wenigstens kann er sich nicht immer so schnell bewegen wie Fleisch. Aber wo ist es mit dir? Erst du zappel, Philipp. Bleibst du jetzt einmal kurz stehen? Ähm. Er wär schon längst 20 mal erledigt. Wenn er nur kurz stehen bleiben würde. Warte. Gleich mal hacken. Weil er so däppert ist. Wenn man kurz schießt. Wenn er wirklich jetzt entschessen geht. Ooooooh. Ja. Er macht aber leider nur auf Scharfschützen. Das ärgert mich. Das ärgert mich ein bisschen. Zerstöre die Drohne. Okay. Achso. Jetzt sind die Drohnen da. Ich denke mal schon immer auf Veteranen. Hahaha. Ich hab mir schon vertagt. Aber was für Drohnen sind die jetzt komplett däppert oder was? Eine Drohne ist doch am Start oder das ist er? Ah. Jetzt kommt er noch zusätzlich dazu. Wie ist der, dass sich die bewegt? Hat der da auch noch die Waffe auch noch am Start? Das ist ein Hund. Das ist ein Hund. Das ist ein Hund. Jetzt hab ich ihn. Jetzt hab ich ihn. Aber jetzt hab ich ihn. Scheiße. Geht der Haverl. Ich mag seine Arme da noch. Granate umzugehen. Ich mach jetzt. Das ist auch noch nicht ab. Aber die Schatten-Doppelgänger, die bringen bei mir nichts. Haha. Er will mich hacken. Hahaha. Ah. Viel Spaß dabei. Definitiv viel Spaß dabei. Aber ich glaub ich tue mehr mit einem Spielen als was ich eigentlich quasi kämpfen tue. Passt nicht. Bis am Abend. Tschau tschau tschau. Ah. Und weg. Da. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Ich komme mit der Schrute, oder. Baba, Mulder. Und tschüss, oder. Und weg, Biest. Oh. Wo ist er jetzt? Oder hat er sich verpisst? Ähm. Ich glaube er hat sich verpisst. Nein. 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 Wird sie wirklich geschlichen? Was ist das, Alter, für ein Gegner? Schleicht sie einfach. Okay. Wie? Anna hier. Du näherst dich bei Annas Signal. Ich glaube der Typ ist hier. Lebendig. Was? Okay. Ich lasse den Kanal offen. Over. Haverer. Ich werde mir jetzt mal fett gönnen. Ich frage mich halt nur wo unser Ko... Wo der Depperte ist. Schleicht sie einfach. Ich bin ein bisschen enttäuscht jetzt vom Kampf. Der war zu cool. Und dann schleicht er sie. Wer bist du verdammt? Ich habe auf dich gewartet. Katja Karellina. Sovoll. Formalig. Das wirst du jetzt schon wieder von mir. Ich brauche die Hilfe deiner Agentur. Aha. Du sprichst mit deinen Leuten, ja? Ja. Hallo? Wo ist Bana? Es ist auch engstig. Fix. Das ist nicht mehr relevant. Aber ich habe gesagt, wo kommt der? Es ist auch engstig. Ganz toll. Und woher weißt du das? Hör mir zu. Ich bin bei Sovoll in Ungnade gefallen. Die jagen mich. Sovoll wird nicht aufgeben. Verstehst du? Keine Antwort auf meine Frage. Wie? Ich habe sie gescannt. Sie ist Spezialistin für Datenerhebung. Für Verhöre. Du bist Agentin. Stimmt's? Spezialistin für Verhöre. So bist du Bana also begegnet. Was hast du denn da jetzt eine Cordula? Mini Shisha? Na gut. Wir haben Bana in Doctown geschnappt. Zuerst wussten wir nicht, für wen er arbeitet. Das stellte sich erst bei der Befragung aus. Ich habe ihn am Leben gehalten. Ich habe ihn behandelt. Aber was später passiert ist, ich weiß nicht. Die lügt. Wie? Neue Befehle. Bring die dreckige Fotze um und schnapp dir den Biomonitor. Over and out. Anna. Anna? Deine Leute, was haben sie gesagt? Brasilien will dich töten lassen. Rat mal, wer den Abzug drücken soll. Worüber reden wir hier? Ich habe doch wertvolle Daten für dich und deine Leute. Wir alle sollten doch professionell bleiben, da? Das sind nicht meine Leute. Banas Chums hat mich angeheuert. Ich sollte ihn oder seinen Biomon finden. Nein, warte. Du bist ein Söldner. Ich habe nur meinen Job gemacht. So wie du. Okay? Ich möchte dir einen Vorschlag machen. Ich höre. Hör mir zu. Los. Ich hör zu. Ich habe Banas Biomonitor. Du scheinst mir vernünftig, also gebe ich ihn dir. Und die Koordinaten für mein Versteck in Dogtown mit meiner Ausrüstung. Was meinst du? Und der Haken? Kein Haken. Du lässt mich einfach gehen. Dieser Banas kann dir doch egal sein. Sorry, Bro. Das ist mir egal. Pech für dich. Bitte nicht. Nimm einfach den Biomonitor. Nicht schießen. Du siehst mich nie wieder. Lass mich in Ruhe. Bitte. Okay. Die Koordinaten. Schicke ich dir. Und jetzt verzieh dich. Ja. Natürlich. Danke. Ich will trotzdem gerne ab sie schießen. Jetzt bin ich aber gespannt, was unsere Auftraggeberin dazu sagt. Jetzt bin ich echt gespannt dazu. Na gut. Gehen wir mal aus dem Gebiet raus. Es könnte relativ lustig werden, Alter. Es könnte definitiv ein relativ lustiges Gespräch werden. Auch nett hier. Es ist so eine kleine Siedlung, oder? Nun ist keiner mehr da. Finde ich aber auch arg alter. Es ist eigentlich quasi gleich ums Eck. Digga. Die scheißt mir was. Okay. Warum ist der so feindlich? Schau mal wie schnell der ist, der aber. Der gehört oben oder so. Wir fahren definitiv lieber mit. Ja. Ja. Wir fahren definitiv. Ach so. Ja passt. Ist mir lieber. Ist mir definitiv lieber. Oh ey. Die Nachricht müssen wir jetzt auch noch lesen. Ah, ich bin dabei leider noch im Kampf. Nett? Schau schön aus sich. Muss mir schon sagen. Ich muss aber schon weiter um. Nehmen wir nicht doch. So, wenn wir mich jetzt schon wieder gesehen haben. Ja. Oh. 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 Gut zu wissen. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Dann schauen wir gleich mal dort vorbei. Das ist eh auch gleich wieder 150 Meter. Das ist eh nix. Oder ist das jetzt bei dem Vorsteck? Aber eher beim Fixer, gell? Wie? Es gab ein Massaker in den... Ah, die. Das ist vielleicht die Zähne ein bisschen zu früh grad. Das ist jetzt grad echt ein bisschen zu früh, mein Freund. Ich bin gespannt. Trotzdem. Andere Mission, Budi. Andere Mission. Andere Mission. Oh. Oh. Auch heftiger Gegner. Bist du. Hopp. Heile hopp. Hopp. Und. Hopp. Oder irgendwann brich ich mir safe das Knack. Irgendwann brich ich mir safe das Knack. Das weiß ich jetzt schon. Irgendwann fix. Erledigt. Wichtig. Und. Richtig. Und. Da tue ich das jetzt auch auf. Wart. 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 Du hast mir jetzt eh schon die andere Mission gezeigt gehabt. Ja. Dann machen wir gleich die. Machen wir gleich die als nächstes. Fix. Gut. Wie. Das wäre erledigt. Die Geschichte hat aufregende Wendungen genommen. Nicht wahr? Aber echt. Ich weiß deine Besonnenheit echt zu schätzen. Man denkt mit dem Kopf. Nicht mit dem Herzen. Auftrag erledigt. Dein Geld ist unterwegs. Perfekt. 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 Wichtig. Und. Richtig. Ich bin gespannt. Ich bin mit der Augen die Aufträge. Die Diapositive.